Jingle Bell Hallo, hallo, herzlich willkommen zum DollyTV Adventskalender. Ein neuer Tag, ein neues Türchen, ein neuer Spaßinhalt. Heute ganz viel Spaß, denn jeder liebt Süßigkeiten und vor allem zu Weihnachten. Und wir haben uns gedacht, wir suchen uns einfach mal unsere Top 2. Ja, weil es gibt doch sehr viele, deshalb sind wir sehr stark eingeschränkt. Jeder durfte sich zwei aussuchen, die er hier vorstellt. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, hol mir mal die Süßigkeit rein. Hier schön drapiert auf diesem Holzbrettchen. Auf zwei zu reduzieren ist schwer. Ist schwer, weil Weihnachten besteht halt nur aus Essen. Nur aus Süßen. Obwohl die Top 1 war für mich einfach. Ja, die 1 ist für mich auch einfach, aber... Jeder hat schon dran denken. Ne, komm, wir sind hier... Ja, bestimmt. Objektiv. Ne, also völlig subjektiv. Aber ich meine, du darfst mir deins vorstellen, ich stelle dir meins vor. Und wir haben hier einmal, obvius, das große Stück, Stollen. Also Stollen kennt jeder. Viele mögen es nicht, weil viele Sachen drin sind, die man auch nicht unbedingt mögen muss. Zum Beispiel Marzipan, Klassiker, Rosinen. Aber ich mag ihn sehr gerne. Ist meine zwei. Also Stollen ist meine zwei. Ich fange hier von hinten jetzt an. Ist einfach geil. Es geht immer. Und es ist 100% weihnachtlich. Das ist nichts, was du irgendwann im anderen Teil des Jahres isst. Du kannst nicht mal kaufen, oder? Ich glaube, du kannst es gar nicht kaufen. Ich wüsste es jetzt nicht. Im Gegensatz zum Beispiel zu gebrannten Mandeln, zu denen du wahrscheinlich gleich kommen wirst. Aber generell kriegt man gebrannte Mandeln ja über das ganze Jahr entdeckt. Das ist jetzt nichts, was ausschließlich auf die Weihnachtszeit bezogen ist. Da ist der Stollen. Aber hauptsächlich, hauptsächlich her. Genau. Der Stollen selber ist wirklich, das verbinde ich mit Weihnachten. Als Kind mochte ich es überhaupt nicht. Jetzt stehe ich ultra drauf. Wie wegen den Rosinen halt. Ja, wegen Marzipan. Die ganze Kombination. Ich finde es ultra geil. Vor allem, wenn er richtig schön saftig ist. Meine zwei ist der Stollen. Meine Nummer zwei? Marzipan-Sächer. Die Marzipan-Kartoffeln. Ich liebe halt Marzipan. Und Marzipan mit nicht vorhandener Schokolade. Also nur reine Rohmasse. Ist geil. Aber verbindest du Marzipan mit Weihnachten? Ja. Also ich verbinde Marzipan mit Marzipan. Also ich esse das auch einfach so voll gern. Ich esse das auch im Sommeressen. Also ich habe da jetzt nicht so das Bedürfnis, dass nur vor allem gekühltes Marzipan, Bruchmarzipan. Wenn du Bruchmarzipan mit diesem richtig fetten Schokoladen und oben drauf hast. Ultrageil. Das gekühlt im Sommer geht gut. Auch sehr lächer. Es gibt ja in jedem Supermarkt diese Marzipan-Rollen, die du übergabst. Hab ja auch schon so oft weggesnackt. Und dadurch, dass wir hier auch in der Nähe von Lübeck wohnen, ist es einfach so, dass nun mal ein Niederegger dort ist und Marzipan die Stadt regiert. Genau. Aber deine zwei sind die Marzipan-Bürfen. Interessant. Okay. Dann komme ich jetzt zu meiner Eins. Ich weiß, du lachst immer drüber. Aber ich kenne sehr, sehr viele Leute, die die Dinger einfach nur lieben. Und das sind diese Plastik. Also es sieht ja auch aus. Wie Plastik. Es ist auch Plastik. Es ist die billigste Schokolade, die es gibt. Das Ding ist ja auch schall günstig. Ich meine, so ein ganzer Tray hier. So, da sind ja, ich meine, guck mal, da sind ziemlich viele drin. Einer. So. Ja, aber jetzt mal von der Masse her. So, ja. Wie viele da drin wären. Und es ist super günstig, aber es ist einfach geil. Es ist die billigste Schokolade. Es ist hart. Ich habe immer das Gefühl, dass es ein bisschen nach Minze schmeckt. Aber das ist natürlich überhaupt nicht minzig. Diese Kügelchen hier oben, die sind natürlich reine Zucker. Die haben sogar einen Namen. Und zwar heißen die, ich kann es nicht aussprechen, ich sage es einfach, wie es dort steht, Non-Pareil. Echt, schreiben die Namen? Non-Pareil. Ich habe nämlich extra mal gegoogelt, was Non-Pareil ist, weil auf diesen Schokoladenkränzen dort steht immer 30% Non-Pareil oder sowas. Ey, ich habe keine Ahnung, wie es ausspricht, deshalb entschuldigt bitte meine Ausspare. Schreibt mal drunter, wie man es richtig ausspricht. Bitte, schreibt mal ausgeschrieben, wie man es ausspricht. Ich würde es natürlich gerne mal wissen. Aber ich sage Non-Pareil. Oder Non-Pareilier. Oder was Französisches. Non-Pareil. Sacre bleu. Non-Pareil. Deshalb, ich liebe die Dinger. Ich weiß auch, warum du sie nicht magst. Aber für mich ist, ich stehe sowieso eigentlich nicht so auf Schokolade. Deshalb ist es komisch, dass überhaupt die 1 ziemlich Schokolade ist. Aber das ist Weihnachten für mich. Das ist Weihnachten, finde ich. Diese Dinger hier. Ich finde es voll geil. Vor allem auch diese festen Kerne. Da hast du ständig irgendwas zwischen den 10. Ja, genau. Du hast ständig was zwischen den 10. Ich finde es voll geil. Und das Geile ist, kleiner Tipp bei einem Discounter mit dem Buchstaben A und endet auf I. Wenn Weihnachten zu Ende ist, verkaufen die Dinger mal 30, 40 Cent. Das normalerweise 1 Euro irgendwas kostet. Und dann, ich nehme alle mit. Ich nehme alle mit. Ich kaufe für 20 Euro nur die Dinger an, weil ich das ganze Jahr über die Dinger herzen kann. Ich mag die gar nicht. Es ist ein Streitgespräch, was man da führen kann. Aber muss man ja gar nicht, weil du hast ja noch eine andere 1. Ich wollte gerade sagen, ich habe den Klassiker auf jedem Weihnachtsmarkt, wo man gefühlt an jedem Stand eine halbe Stunde für ansteht. Frisch gebrannte Mandeln sind einfach das Beste. Ja, das ist geil. Vor allem gibt es die auch in tausend unterschiedlichen Varianten mittlerweile. Das ist die klassische jetzt nur mit Zucker. In Rot gibt es die noch. Ich habe auch schon gesehen mit Lakritz. Das gibt es mit allem. Karamell. Peanut Butter habe ich letztens schon gesehen. Auch sehr geil. Also hätten wir eine Top 3 gemacht, wäre das auf jeden Fall in meinem Top 3. Das ist jetzt meine Top 1. Also meine Top 3 wäre auch ein Gebäck gewesen. Welches dann? Churros. Ne, der deutsche Aktivalent dazu. Mutzen. Ja. Mutzen, ja, ja. Also das wäre halt meine 3 gewesen. Okay. Das sind unsere Top 2. Meine 2 der Stollen. 1 die Schokoladenkränze. Bei dir 2 der Marzipan. Und 1 die gebrannten Mandeln. Ich würde mal sagen, schreibt mal bitte in die Comments, was euer liebstes Süßigkeit... Euer liebstes Süß... Deutsch kann ich. Eure liebste Süßigkeit zu Weihnachten ist, was ihr immer esst in Weihnachten. Vielleicht haben wir was total vergessen. Was wäre ich auch nicht gerade auf dem Zimmer hatten, was total typisch. Ja, ich weiß. Klassiker sind natürlich Lebbuch und Spekulatius und sowas. Ist Spekulatius, finde ich auch geil, aber das ist nicht in meinen Top 2. Zimt. Was eigentlich mit Zimt? Aber genau, schreibt mal in die Comments, was euer liebstes Süßigkeit gelönt zu Weihnachten ist. Und wir sehen uns morgen beim nächsten Adventskalender Türchen. Danke Daniel, wir sehen uns. Reingehauen. Tschüssi. Ich habe noch nicht aufgesucht. Ich nehme alles mit. Tschüss. Ich nehme alles mit. Komi. Tschüss. Tschüss. バイ geht es ist nicht so schlecht.